ich will komme herzlich zu fitabiest infinity e wolf zusammen mit und ihr seid ja echt schnell so was machen wir wir werden ja das ist aber es wird übrigens schon dachte es hat uns jetzt scheiß bald also hallo hallo erstmal weiß gar nicht ob ihr es wusstet aber das ist ein projekt und wir haben die vor ja überleben entweder ist infinity e wolf und wir gehen jetzt richtig spaß haben und alle mords ausführungen wieder server lexen tschuldigung hier zwei habt kurz gelag zwei dreimal ich muss bei mir auch noch ein bisschen mehr ich habe ich habe ja mit so ein paar mod ja okay ich habe schon sehr lange das ist ja also möchten wir kurz erklären was wir in dem modpack also wie das mit der aufnahme und so läuft das mit den folgen läuft genau immer die ersten folgen kommen bei dem es gibt nur eine einzige erste folge ja aber immer im dreier zyklus der king heißt auch neno aber ja im alphabet richtig ja gut dann die ersten folgen kommen immer bei mir die zweiten bei neno und die dritten immer bei h03 so alles klar alles klar keine ahnung ich war noch nüsse produktiv schlägt mich erst mal ich sag ja gar nichts das wird jetzt glaube ich bald schon nacht ja das ist teil des mods also ein teil eines mods alter diese Villager gehen mehr offen auf ein Testikel an meinem Körper die gibt es die ganze alte Funktion benötigen die Zelle Musik und Strom etc. ja das habe ich ja schon umgestellt ich habe die ja schon leise gedreht trotzdem wenn du dann dauernd noch ganz leise ich glaube du kannst die mobs einzeln ähm unterdrehen die waren es nicht oder so friendly creatures ich habe die jetzt mal leise gedreht die braucht die keine so ja jetzt sind sie leiser jetzt geht es schon besser gut äh ich guck gerade die Villager durch was die so da ist einer der Weizen für Emeralds tauscht da noch einer aber teurer als würde ich zu dem mit 20 gehen da ist einer der will 10 gekochten Fisch brauchen wir nicht danke gut äh ja egal ähm ich werde jetzt gleich mal Stein farmen gehen ich bin schon dabei okay W- I- ich muss mich dann ist jetzt ich kanzeug niche ich lined diramba wie war je j ja was j j j j j j j j s j dann habe ich ja kann ich das wird den waypoints kann ich da gibt es das setting nein aber wie ging das was gibt es hier eigentlich egal da gibt es die meiners backpacks also die vor ist die von forestry gibt der braucht keinen slot im inventar und auch nicht in der rüstung welche knapp sagt heißt auch auf englisch knapsack tickers construct genau super ganz toll also hier sind noch mehr felder das ist ja gibt auch den weg trägt wo man wirklich wo man wirklich eine kiste durch sich hat also oder wo ich in das grenz ist oder ähnliches das waren die von forestry kannst du ja da kannst du nur bestimmte sachen eingeben aber der knapsack glaube ich da geht alles rein wo habe ich meinen kraft in der mitten im geholfen ja ich bin mittlerweile auch gewöhnt mit schiff zu sprinten einfach weil ich so lange kein minecraft mehr gespielt habe okay ja auch stein ja ich bitte ja ich bin schon im kraften der über die rennen danke ich weiß gar nicht mit welchem ich anfangen soll ja ich starte mal ganz simpel in technik mit einem ich würde ich würde gerne form kraft irgendwann machen ja auch vielleicht glaube ich dabei wie kann man ein mod fix auswählen du gibst einfach den mod ein wenn du jetzt zum beispiel tinkers eingibst dann dürften nur mehr nein tinkers reicht tinkers reicht dann kommen die ganzen tinkers sachen aber dann kommen nur die tinkers sachen ja tinkers construct ja wenn du jetzt ohne ad schreiben würdest nein und irgendein anderer mod hätte auch so ein item die ganzen forestry sachen kommen auch wenn ich forestry eingebe auch wenn sie halt im zubelang haben schon schunggarten die kann man mit ok ok dass sie auch was sieht öffnen muss man gar mal noch umstellen ich werde also ich werde das farmen in Höhlen hauptsächlich euch überlassen wer wer meine videos kennt der weiß dass ich der faulste sack auf erden dann gehst du mal auf unseren alten server sagst du noch einmal du bist faul weil du weißt ganz klar was du dort alles zusammengefasst was habe ich da alles oh ja stimmt ich habe kurze anekdote wir haben auf einem server gespielt ich sage jetzt nicht welchen weil unser grundstück das zweite mal gelöscht wurde und ich den server nicht mehr mag und deswegen will ich ihn auch nicht sofort auf diesem beschissenen server haben wir gefahren gefahren ich glaube beim letzten mal hatten wir neun stacks diamanten ich glaube acht davon habe ich gefahren klar träumst du ja 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 ein bisschen oder ich habe mir gerade nen obsidian decker gemacht was denn was ja es war hier so ein haus mit tinkers construct sachen und da waren ein knife blades aus obsidian und eine copper crossbar drin und ich habe mir jetzt einen obsidian obsidian dagger gemacht wie viel damage wie viel damage 3 attack damage aber es ist nur obsidian also darf es das also darf es das oh wo seid ihr im dorf immer noch im tunnel ja da bin ich auch ja mitten im dorf immer ich würde gerne irgendwann mal so ein richtig fettes haus bauen so eine fabrik oder so ich möchte eigentlich so ein wenig mit forestry anfangen was mit was mit forestry mit den bienen und so ah ja forestry hat ja die bienen das ist doch okay ne ja da gibt es ja dann ganz spezielle waben also ich fange ja auf jeden fall mal mit dem mod minecraft an da gibt es nämlich einen golden apple der leuchtet was die electric engine das ganze bio zeug industrial craft müssen wir auch später irgendwann mal machen ja wir brauchen generell da kenne ich mich nämlich ein bisschen aus brauchen generell mal ein meserator kann einem die nein nicht meserator industrial craft ist scheiße also pulver reise oder pulver reise oder ja in der euro super und die haben auch die haben auch die erf pro tik sachen damit können wir dann auch die dingens power na ja ja ein lager power me system ja 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 in welche höhle wo geht es denn da rein ja dort wo ich den tunnel gemacht habe oder nein ich kann auch alle ich glaube jemand hatte alles klar ja und ja ja für jetzt also alter der decker ist scheiße aber ich habe einen casey foxhut ich habe den eingang gefunden ja das sind noch quarts crystals ja mit denen kann man auch tools machen die gibt sowieso zu tausenden die was ja die also die diese ja ich baue ja schon ab die brauchst du jetzt nicht zu fahren doch ja denn so viel kann ich noch nicht abbauen wir können sie eine neue machen ja ich habe yellow right für big reactors ja aber das ist alles fürs lead game das ist im inventar server und gezählt ist du legst also das heißt einfach nur so eine beleidigende aussage und du hast ganz gut du bist von hinten angegriffen mein dagger ich glaube mein holzschwert macht mehr damage alter aber mein becker sie cool aus ja wir waren botanier botanier keine ahnung was das kann anders waren die guten alten zeiten vor wie gewiss ja so lange nicht mehr gespielt wir brauchen ich brauche zweimal ja ich habe keine ahnung was ich brauche irgendein werkzeug für mich stein oder ähnliches dann musst du ja komm her ich gebe dir meine stein bitte ich brauche bitte immer gern auf sieben um die stelle glas und redstone wir brauchen redstone was irgendjemand auf die uhr geschaut ja ja wir haben noch bis 20 bis zum 20 minuten limit fünf minuten obwohl obwohl ich glaube dass die erste folge ruhig ein paar minuten länger sein kann ich baue schon mal im voraus yellow right ab einfach damit wir es haben weil wenn wir es brauchen es gibt ja bei big reactors auch kleine reaktoren mit die auch schon massig produzieren die können das stellen wir ein irgendwo auf und können mehrere maschinen power hat wer holz kann eine kiste neben dem ofen stehen ja klar ja warte wo ist der ofen ja dort bin ich mal ok dann muss ich nicht mein wertvolles holz verschwinden so dann schauen wir nach da unten ja essen müssten wir zur zeit genug haben oh ich werde abgeschossen breitgelebt 3 modfucker bin ich mir eigentlich auf hardcore äh nein ne normal äh easy glaub ich ne normal ich hab keine ahnung settings hab ich eigentlich zugelassen wie es war ok ich hab nicht meine server ip oder ähnliches angegeben was hab ich gerade abgebaut Cinnabar or armcraft was brauchen wir äh kannst du das na ich so so ich entledige mich mal von ein paar sachen da ist schon wieder was ok ok eigentlich könnten wir gleich so reakt machen ach was wie waren die noch mal control ross nichts muss ich so da brauchen wir unbedingt die ähm holzkohle äh falls ihr rotten flash habt ich hab äh ein drying rack gemacht da hängt jetzt rotten flash drauf damit da wird dann monster jerky draus das können wir dann essen kann man Kohle irgendwie herstellen äh ich hab kohle ja kann man die irgendwie herstellen auf dem easy weg holz verbrennen also wir müssen da noch weiter runter wir brauchen jetzt für die mining turtle mining turtle ja mining turtle ernsthaft du willst den mining turtle aufstellen ja klar ok der programmiert meinte ich wäre super in dem wachgebiet ist eigentlich nicht schwer der mining turtle ist nicht schwer zu programmieren also wir brauchen nichts programmieren ne turtle musst du programmieren ja excavate radius ja wir können auch fertig ja das auch aber wir können auch oha oha ach nein das ist bug ok ah ich hab Dias ich hab Gold ich hab was will der mich bei Dias das ist nichts ich brauchte all Dias für die mining turtle alter wir brauchen jetzt keine mining turtle doch wir brauchen ne mining turtle aber wieso Dias willst du gleich ne ähm Dias ja wir brauchen ne wir brauchen ne wir brauchen ne ja gibt's keine Saphir mining turtles eine dier pickaxe für die mining turtle früher konnte man da noch die Saphira ja früher aber echt featerbeast light zeiten ah ja ah ja genau in featerbeast light ging das noch mit den anderen materialien glaub ich würde sagen alter fokussier mich nicht mehr auf kohle weil ohne kohle keine reaktion ohne kohle ja ich fokussier mich eigentlich auf alles an gutem erz was ich finde auch ja aber noch nicht braten das können wir alles verdoppeln ja kein stress man ablösen wir auch nicht ah ja auch ich werde sterben ich werde sterben ich werde sterben ich werde sterben wir haben über redstone 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 ich verteidige dich ja hä ok ja jetzt jetzt haben wir deutlich einen kleinen server lag hier hier ja danke äh Monsieur Server wer wollen sie vielleicht nicht laggen alter ja im kleinen server ja klein ich stehe ich bekomme damage ich stehe im skelett drin und schlag es hä warum bekomme ich damage ach so maximal in der woche weil du keine ahnung lol ja du stehst ja gut ich stehe im Busch ja du bist auf nem Ohrbusch gestanden aber haben sie auch dort richtig gestanden du möchtest du eigentlich keinen damit über und neno legt hä es legt alles alter gut dass die Folge gleich vorbei ist ja bei mir sind es vier sekunden bei meinem timer über ihr zwei lebt das glaube ich bei meinem ja kein stress ja ja neno leg ja neno leg ja neno leg ja wir dich nicht ja wenn wir die Folge einfach dann fixen wir das kurz und dann ja ok wenn wir dann in der nächsten Folge so ey ich hab die begrüßung gemacht irgendwer muss die Verabschiedung machen ok ja ich hoffe es hat euch gefallen nein wenn ja neno ich weiß nicht ok ja dann bis zum nächsten Mal keine Ahnung was ich sagen soll zum nächsten Mal schaltet wieder ein wenn es wieder heißt Feed the Beast Infinity auf unseren Kanälen die nächste Folge ist dann bei dir Ananas Games nein Ananas Games nein ich habe immer die 1er Folgen ich hätte diese Folge wenn sie nicht bei allen wäre ja trotzdem die nächste Folge kommt bei Ananas Games ja das haben wir zwei jetzt festgelegt am Ende des Videos ok ok gut ja tschüss 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 braucht die Suche zum Arschwettner